die Karte schon wieder schwarzes Bild schwarzes Bild ich hab noch Musik und Maus ich kann die Maus noch bewegen du bist doch glaub ich in den Trupps nicht dabei ne ich sag grad auch nicht bei Juliang gehts wieder kaputt doch ne ich hab jetzt oben rechts Ladekreis Captain Bucky oben rechts Ladekreis das sieht gut aus wer ist bitteschön Captain Bucky ja ich bin geflogen ja bei uns ist Captain Bucky mit drin äh dann geh mal auf abbrechen ne 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 gar nicht ne du kannst ja nachjoinen wir haben einen Bug mit drin ja den könnt ihr rauskicken der Server äh der Truppleiter kann den rauskicken ja Truppleiter bin ich ha 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 ja dann kickt den Kerl raus äh lass mich wieder rein und sperr den Squad lass mich rein lass mich rein ja ich äh sobald ich auf dem Server bin da gibts zwei die ich rauskomme ja da wie kann ich denn 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 wie kann ich denn 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 wie kann ich denn 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 wie kann ich denn denn unter meinem Namen müsste jetzt stehen öffentlicher Squad oder privater da steht so ein Knopf da ist so ein Button hat zuerst zugeschlagen ah privater Trupp ja hab ich getraut ja hab ich gemacht war im Staffel ja Team Deathmatch jo Team Deathmatch aber der Server macht echt Bock ne ja ja der ist auch gar nicht so der ist gar nicht so der ist auch nicht so unauslegentlich ja ich krieg zwar direkt auf die Schnauze aber ich hab das gesporned okay null Probleme ja bravo voll gerade läuft bei mir glaub ich glaub ich muss echt mit dem Sturmsoldaten spielen mit dem ich bin gestorben ich wollte grad noch sagen mit dem komm ich klar ja funktioniert gut ne ja aber mit den Waffen die bis die Stella feuern so schwarze man sieht eigentlich wie weit meine Klasse jetzt ist das nicht auf ähm leveln bei anpassen ne ich glaube ja oh ja oh ja ich muss erst mal auf Rang 1 kommen mit dem Sanitäter ja das geht ja relativ schnell naja wenn ich ihn oft spiele ja aaaaa hier kann die andere also bei Battlefield 1 nehme ich jetzt tatsächlich den Sturmsoldaten mit dem C4 dem komm ich riesen viel besser klar oh ich komm mit dem Soldaten mit dem Sanitäter eigentlich auch gut zurecht ja der hat halt die Schrotzen die sind nicht überall gut einsetzbar jetzt auf der Karte hier komm ich mit dem Sturmsoldaten nicht klar jetzt hab ich ein Visier bei der auf der Schrotze und dann geht das schon ein bisschen wie weit ist denn mein Sturmsoldat eigentlich der Feind liegt in Führung auch mal gucken der ist noch weiter zurück unsere Seite liegt in Führung Versuch jetzt auch nochmal mit dem Sturmsoldaten ja danke ich dachte mal dass die 2 dunkle unsere Seite liegt in Führung unsere Seite liegt in Führung unsere seite liegt in führung können wir uns jetzt nicht entscheiden wer reingeht oder was ich habe sie hier trotzdem nicht auf doch Aua, da unten sind zwar welche, aber Ich mach die auf die Tür Tod Also der Gegner, nicht ich Tod klang erst, als hättest du es dann saugen Ne, ne, die schmeißen mit Kanaten nach mir Treffen mich, treffen mich aber nicht Er hat sich selber getroffen, der Depp Aua Auch nicht schlecht Auch nicht schlecht Ich hab grad ein Scharfschützengewehr übernommen Ich kann Snipern, konnte ich noch nie, bei keinem spiel War ich immer scheiße Snipen geht hier eigentlich ganz gut, hab ich festgestellt Außer bei Sauerbraten, da konnte ich immer gut, da konnte ich snipen Jetzt fragen sich alle Dauerbraten Dauerbraten war das Premium-Game Das war total geil Ich hab ihn gekillt, gekillt Killt Down ist er gegangen dort You can get me down, 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 down Aua Von hinten Du stehst da und guckst dir an, wie ich gemessert werde Aha, ich hab dich gerecht Ganz toll Du hättest auch was dagegen tun können, dass er gemessert wird Ich kann wechseln, das ist kein Problem Das kann ich Mein Kollege kannst du wechseln, das ist kein Problem, das macht mir nichts Ja, mir aber Ja, hast du gesagt Die Hälfte ist geschafft, weiter suchen Ich werde dich finden, die Hälfte ohnehin Das ist nicht easy Die Hälfte, du musst Nein die Hälfte Hier ist der Hälfte Ich bin jemanden Und ich bin jemanden Hier bist du Jetzt will er Und ich bin jemanden Das ist erreich Der Hälfte Oh Aua Voller Sturmsoldat Also dieses Sturmsoldat 2 Box 2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 ja sollte sich nicht mit zwei anlegen es wäre eine gute idee ja ich suche auch noch wo ist gas und jetzt Ja, das war mal ne Aussage, ne? Unsere Seite mit den Fluren. Ja. Wir haben so gut wie gewonnen. Das ist auch mal was. Ja, so gut wie ist aber noch nicht gewonnen. Ja, das ist richtig. Ach, phew. Hallo. Ja, Junge, dich hab ich gekriegt. Dödel da. Dödel? Ja, da war ein Dödel, den ich gekillt habe. Und da bin ich stolz drauf. Das war nämlich aus ganz schöner Entfernung. Hallo. Siehst du mal, die ganze Maskade? Aua. Aua, 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 Aua. Heiß, heiß, heiß. Ist das heiß hier oder bin das noch ich? Ich brauche schon, oh, Scheiße. Ja. Du sagst ihm halt gerne. Er ist so durch. ich habe gemerkt ich habe es gemerkt ja ich wollte das mal anmerken so ein so ein dreckiges schüft so ein dreckiges schüft das so schön gepflegt hat ihm eine bochner will ich glaube er hat sich in die hose gepiest als ich ihn in die kopf geschießt nein da damit scharf schütze wo es schon verwundet und dann später abgeben nein bitte jetzt nicht drei vor ende der gang läuft nein nein das kann nicht wahr sein ich war der last die ganze zeit auf der zielgraden abgefangen ja ja kurz vor kurz vor der ziel gerade haben sie uns den zerschossen und uns stehen lassen genau ich kriege bestimmt ein battle pack ne ich kriege eins wir kriegen alle keins was hältst du davon ich hätte gern mein erstes hat der geld schon mal eins gekriegt also siehst du hier ah siehst du bei dem bei dem team deathmatch die medaille hatte ich eben aktiviert da habe ich jetzt schon eine runde von zwei habe ich gespielt da habe ich jetzt schon was gekriegt erziele zehn teamhilfen hilfe bei niedermachung sturm orden der tatsachen wir jetzt tauben ja aber er wechselt zwischen eroberung tauben und team deathmatch das ist cool ich finde das heiß ja wird geladen schreibt mir meine frau nein ich weiß ich weiß wo die erste taube zu finden ist ja im nest stimmt wieder in der mühle in der mühle wird geladen wird immer noch geladen also julian wir sollten überlegen ob der geld das nächste mal auch mitmacht das macht zu dritt eigentlich noch mehr sehr gerne ich sag nicht nein ja julian dann könnte man eigentlich sagen dass der geld jetzt immer teil der battlefield sechen ist war ja gerne sagen ja dann sagt das doch mal da würde ich da würde ich mich tierisch befreund der geld ist jetzt in der battle neu nach an an sagt aus aus nach ich wünsche nein du bist scheiße was sagt meine frau im hintergrund ach so ja 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 tatsächlich in der mühle den gärten immer öfter mit der hat ahnung das traurige ist er hat das spiel kürzer gefiel ich fang jetzt ich fang jetzt 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 wird sich nicht verbrannt aber ich habe den kill gemacht ausgezeichnet ja so sehe ich dann in mir auch ach ja äh ach so äh äh ach so wir haben die taube freigelassen ja geil Na guck mal. Oh oh. Gegner ist nicht so ein Soldat. Aua, tot. Aua, ich hab auch aufs Maul gekocht. Ja, halbtot ist noch mal. Halbtot ist mehr. Ne, ja. Hallo. Hallo. Oh oh. Granade! Ich brauch Munition. Taube geordert. Entschuldigung.